Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute machen wir eine Mystery Box Make-Up Challenge. Und zwar tut Papa uns verschiedene Make-Ups rein. Das heißt, sie hat die pinke Palette, ich habe die braune, sie hat dunkelroten, ich habe hellen. Der eine hat Mascara, der andere nicht. Mal schauen, ich habe zwei verschiedene Make-Ups rein. Eine ist total hell, eine ist dunkel. Mal schauen, wessen Make-Up besser wird. Und gleich am Anfang des Videos, meine Lieben, bitte, schreibt nicht immer, darf sich Miley schon schminken. Miley darf sich nicht schminken, sie wird sich auch nicht schminken. Das ist nur für ein Video, das ist nur Spaß. Wenn das Video fertig ist, schminkt sie sich dann wieder ab. Also, ich denke mal, wir können beginnen und wir möchten viele, viele Daumen haben. Und abonnieren. Und abonnieren. Also Papa, es kann losgehen. Ja, ich freue mich schon. Ja. Okay. Also. Sing, sang, sang. Sing, sang, sang. Sing, sang, sang. Oh, Miley? Okay, also ich bin so gespuppert. Eins, zwei, drei. Ich habe das noch gelöst. Nicht dein Ernst, Papa. Ich kann doch mit dem Make-Up nicht schminken. Ich schaue aus wie ein Geist. Ja, das ist der. Brutal hell. Also, Miley hat einen Spiegel und ich habe hier mir eine zweite Kamera aufgestellt als Spiegel, weil ich keinen habe und werde mich jetzt da schminken mit dem. Also nicht wundern, wenn jetzt hier die Kamera vor mir ist. Nicht mit dieser Farbe, könnt ihr euch vorstellen. Ich schaue aus wie ein Geist danach. Und ich habe mir gedacht, ich muss mich heute nicht mehr schminken. Ach Gott. Nachdem muss ich mich schon auch schminken. Schaut mal, wie hell das ist. Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, mein Geist. Du zeig. Ach Gott. Hört mich hier raus. Jetzt haben wir mal gekauft für ein Halloween Make-Up, glaube ich. Oder Faschings Make-Up. Okay, also so schlimm schaut es jetzt gerade nicht aus bei mir. Hast. So, I'm ready. Fertig. Komm auf Seite. Zeig. Steht dir, ja. Schimschung schon. Du hast entscheiden, welches willst du? Äh, ich bleibe auf meiner Seite. Eins. Zwei. Drei. Ja! Ja! Ich habe die dunkle drauf. Ich habe die Pelle. Da brauche ich mich heute gar nicht mehr schminken. Danach, also abschminken und nochmal schminken, wenn das passt. Knallen wir es einfach drauf. So richtig. Hey! Da ist nichts drauf. Entschuldigung. Okay. Ich bin fertig. Warte, ich muss nichts machen. Schau mal. Oh. Mh, mh, blink, blink. Wir sind fertig. Nächste Runde. Nächste Runde. Was ist das? Also. Schling, schang, schang. Ich tausche generell immer. Eins, zwei, drei. Schon wieder das helle Concealer hier. Warum? Okay, dann nehme ich halt das helle. Mhle hat die richtige Farbe wieder. Das ist eigentlich meine richtige Farbe, die sie da hat. Aber schaut doch gut aus, hä? Hiiii. Hallo. Schaut aus wie ein Indianerbraut. So. Also dieser hier, dieser Ding da, der trocknet so schnell aus, wenn man nicht schnell bearbeitet. Oh, jetzt schau ich aber nicht mehr schön aus. Lass mich mal bei dir gucken, hä? Also ich schau jetzt gar nicht mehr schön aus, irgendwie. Schau mich an. Schaut mich mal an. Ja, es wird doch schon. Es geht weiter. Ist schon fertig. Ich bin fertig geworden. Ey, wie seh ich, fahr gut aus. Ja, Miley schaut super toll aus. Und ich auch so dabei. Schau mich an. Oh Gott. Okay, jetzt läuft es gut. Jetzt läuft es gut. Jetzt musst du weitermachen, Miley. Sing, shang, shang, shang. Sing, shang, shang. Scheiße, okay. Oh, blieb. Ich bleib bei meiner Box. Eins, zwei, drei. Boysch, ich kann mit denen nicht Lidschatten machen. Papa, was machst du für's an? So, er kann gleich weitermachen. Jetzt kommt, glaube ich, Lidschatten. Schaut mal meine Mini-Pinsel an. Mit denen darf ich jetzt Lidschatten machen. Ich kann das mit denen nicht. Ich bin aber gespannt. So. Sing, shang, shang. Sing, shang, shang. Ich bleib bei meiner Seite wieder. Eins, zwei, drei. Ja! Miley. Diesmal haben wir es richtig, glaube ich. Ich habe diese braune Palette von NYX. Und Miley hat diese Nude-Palette hier. Mit Pink. Edge heißt die. Keine Ahnung von welcher war. Okay, Maybelline. Dann können wir mal an. Ja, natürlich. Du darfst jetzt mit denen. Farben, dich. Okay. Deine Augen. Ich kann das mit denen nicht. Leute, ich brauche einen Pinsel. Gott. Ach Gott, wie ich ausschaue jetzt. Ich kann mit denen nicht, Lidschatten. Geht nicht. Echt? Ich kann nicht verblenden mit dem Teil. Irgendwie komisch. Aber egal. Mach einfach weiter. Ich nur. Das wirkt schon. Hä? Schaut gar nicht schlecht aus. Ich schaue aus wie eine Leiche gerade. So. Kurz zum Miley. Spiegel rüber switchen. Weil ich kann nicht verblenden mit dem Teil. Ja. So. Ich bin fertig. Wir sind fertig. Nächste Box bitte. Schau, so sehe ich aus. Gut. Also. Schau. 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 Die tauscht generell. Uh. Also Contouring. Ich habe das von Holla. Ich habe das von Holla. Ich habe das von Holla. Oh, die hat gleich zwei Farben für Contouring. Die hat es ja gut. Okay. Oh. Ich habe zu viel erwischt. Zeig mal. Ich mache jetzt so. Mach mal die andere Seite. Also ich mache generell mein Contouring. Also diese Schatten hier dunklen. Mit dem Pinsel. Nicht, dass jetzt wieder Ding. Hier Kommentare kommen und sagen, das ist kein Contouring. Ich mache keinen hellen, dunklen Contouring. Ich mache nur hier meine Wangen so dunkel. Und hier ein bisschen. Immer schon mein Make-up. Also ich arbeite nicht mit hell, dunkel, hellen Nasenrücken und so weiter. Das mache ich nicht. Das ist bei mir einfach so. Mehr mache ich nicht. So. Da habe ich es richtig erwischt. Wir sind fertig. Ja, Grace. Ich hoffe, der Papa bringt die rein. So geht es jetzt nicht untereinander. Okay. Also. Wollt ihr auch mal? Tschin, tschin, tschin. Was geht denn heute ab? Ja, wie geht es? Also ich habe von diesem Rockateur hier ein Rouge. Melay hat den von Manhattan. Okay. Mein Rouge trage ich auch mit dem Pinsel auf, meine Lieben. Immer schon. Also normal auch. Also passt das bei mir. Da nehme ich immer ein bisschen. Also ich schaue jetzt echt aus wie eine Leiche. Glaube ich. Ich sehe das alles viel besser. Schreibt mir in die Kommentare. Ich schaue ich aus wie eine Leiche. Nein. Egal. Das passt. Ich glaube, ich tue nicht mehr drauf. Sonst passt das nicht. Okay. Ich bin auch fertig. Also heute habe ich es gut. Wir sind fertig. Frauen können sich schnell schminken, Papa. Wie ist es überhaupt an das mit dem Papa? Wer ist da für, schreibt das bitte in die Kommentare. Nein. Wie ist es, wie soll der Papa das machen? Vergesst es. Schau, schau. Was geht denn heute ab? Oh. Ob Melay mit dem Highlighter jetzt klarkommt, weiß ich zwar nicht. Aber. Also meine Lieben. Highlighter. Ich habe den in Puderform. Und Melay hat den flüssig. Und das topft man Melay hier so ein paar Stück drauf. Und einfach verteilen. Ich mache es natürlich jetzt mit dem Pinsel. Und ich habe keinen Highlighter Pinsel hier. Dann würde ich sagen, nehme ich mal einfach den Pinsel hier. Melay. Hä? Hallo. Was machst du da? Die kann das besser wie ich. Na, mache ich keinen so. Äh, da geht es. Okay, das passt. Kann Papa kommen? Mhm. Papa, komm. Das ist ja Stress hier. Das ist Stress. Wo ist es Papa? Also. Xing, Shang, Shang. Xing, Shang, Shang. Ich bin da. Daher. Das Beste, was mir jetzt passiert, ihr wisst gar nicht mal, wie ich Angst davor gehabt habe. Ich habe ja, äh, Wimpern draufgeklebt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Mascara bekommen hätte, müsste ich es tuschen. Und wenn ich die dann wegmache, dann fallen die ganzen Wimpern ab. Und deswegen hat eine Pinsel drin gehabt, eine müsste es kämmen und eine Mascara. Das hat sich jetzt... Papa, danke schön. Das war jetzt gut. Danke, Papa. Gut, dass du verloren hast bei Xing, Shang, Shang. Mhm. Also, meine tun wir nur bürsteln. So. So. Papa, kannst du kommen? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Aymur, du bist die Schönste. Hey, ich bin die Schönste. Meinst du? Oh, nein. Ich bin der Schönste. Der Schönste. Letzter Durchgang. Letzter Durchgang. Da glaube ich Lippenstift. Ah, es ist Lippenstift. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Also. Xing, Shang, Shang. 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 Okay, das war's. Ich bleib bei meinem. Bam, bam, boom, what you got, what you got, what you got, what you got, what you got. Jetzt kommt auch noch die knallrote Farbe auf meine Lippen. Ich glaube es echt nicht. Also, dann machen wir es halt drauf. Was soll's. Mirj, da würde ich gerne deinen Spiegel benutzen. Bitte, Maus, weil das ist hier gefährlich, sonst geht es außen raus. Boah, ist das eine schöne Farbe. Jetzt bin ich dran. Oh, Gott. Ist zwar ein sehr schöner Lippenstift, aber mit dem muss man den Lip Liner arbeiten. Der zerfließt schnell raus. Ich geh heute nicht mehr raus, ich muss mein Gesicht schnell abschminken. Und ich? Schau's total dezent aus. Gut. Also, wir sind jetzt fertig geschminkt. Vielleicht sieht ihr uns jetzt ein bisschen besser, weil wir ein bisschen in den Nachnamen gegangen sind. Mirj ist total dezent, finde ich. Mit ihrem Pinkton. Ja, und so sieht meine Mama aus. Und ich total kreuz. Jetzt könnt ihr in die Kommentare schreiben, wer schöner geschminkt ist. Und... Ja, schreibt mal in die Kommentare. Nein, ich finde, ich bin schöner. Der Spiegel sagt, ich bin die Schönste im ganzen Land. Ich. 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 Alles Spaß, meine Lieben. Also, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Und gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal Meleswell, damit ihr keine Videos verpasst. Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.